Am 28. Februar 1959 wurde Marsha Ellen Bradley als Einzelkind in Illinois geboren. Sie wurde als freundlich und liebevoll beschrieben. Außerdem liebte sie Tiere und war auch gerne in der Natur. Im Jahr 1999 lernte Marsha Donnie Bradley kennen. Die beiden heirateten im März 2000 und zogen dann in ein Haus in Cleveland in Tennessee. Dieses Haus hat Marshas Eltern für sie gebaut. Bedauerlicherweise starben kurz nach der Hochzeit die Eltern von Marsha innerhalb eines Monats. Mit dem Erbe, das ihr nach dem Tod ihrer Eltern zustand, unterstützte sie ihren Ehemann Donnie beim Aufbau eines Handwerksbetriebes. Darüber hinaus kündigte sie ihren Job als Leiterin eines Wohnhypes an einem College und begann mit den Schreiben, womit sie auch einer ihrer Leidenschaften nachging. Das Leben von Marsha schien gut zu laufen, auch wenn es durch den Verlust ihrer Eltern vielleicht erschwert wurde. Dann bemerkte jedoch Marshas Freundin und Friseurin Kelly LeDude, dass Marsha seit einigen Monaten nicht mehr zum Haareschneiden kam. Und das war eher merkwürdig und auch untypisch. Normalerweise war Marsha über Jahre hinweg ungefähr mal alle sechs, sieben Wochen zum Friseur gegangen. Als Kelly feststellte, dass Marsha schon seit einiger Zeit nicht mehr zum Friseur gegangen war, vermutete sie, dass etwas nicht in Ordnung war. Der letzte Friseur-Termin von Marsha war im April 2009 gewesen und Kelly hatte sie seitdem nicht mehr gesehen. Sie hatte versucht, sich telefonisch mit Marsha in Verbindung zu setzen, aber der Anruf wurde nie beantwortet. Nachdem sie mehrere Mailbox-Nachrichten hinterlassen hatte und auch keine Antwort bekommen hatte, wollte Kelly Marshas Ehemann Donny anrufen. Allerdings war die Geschäftsnummer nicht mehr vergeben. Einige Nachbarn und Bekannte stellten fest, dass die geliebten Hunde von Marsha nicht mehr so oft Gassi geführt wurden wie in der Vergangenheit und dass der Garten und das Grundstück langsam, aber sicher anfingen zu verwildern. Ein Nachbar war besonders besorgt und ging zum Haus, um zu fragen, wo Marsha sei. Donny öffnete die Tür und erzählte den Nachbarn, dass Marsha ihn verlassen habe und in den Westen gezogen sein soll. Auch war Marsha ein Mitglied in einem örtlichen Schreibclub für Frauen. Da Kelly das wusste, kontaktierte sie den Club, um zu erfahren, ob irgendjemand Marsha in letzter Zeit gesehen hatte. Aber auch dort hatte man Marsha seit Monaten nicht mehr gesehen. Schließlich warnte sich Kelly im November 2009 an die Polizei, um Marsha als vermisst zu melden. Viele Monate, nachdem sie zuletzt gesehen wurde. Anfangs war die Polizei nicht besonders interessiert daran, den Fall ernst zu nehmen. Kelly sagte, man habe ihr gesagt, dass wenn der Ehemann sagt, dass sie weg ist und dass sie ihn verlassen hat, dass sie ihn dann auch verlassen hat. Daraufhin nahm Kelly die Sache dann selbst in die Hand und begann, die Nachricht von Marshas Verschwinden zu verbreiten und informierte einen örtlichen Anwalt über die ganze Situation. Dieser Anwalt nahm die Meldung ernst und warnte sich direkt an die Staatsanwaltschaft, um die Situation zu melden. Daraufhin wurden Ermittler losgeschickt, um den vermissten Fall genauer unter die Lupe zu nehmen. Als die Ermittler Donny aufsuchten, um mit ihm über das Verschwinden seiner Ehefrau zu sprechen, verhielt er sich ruhig und gefasst und hat stets jegliche Beteiligung am Verschwinden seiner Frau bestritten. Die Behörden fanden sein apathisches Verhalten seltsam für jemanden, dessen Frau seit Monaten vermisst wurde. Kelly, Marshas langjährige Freundin und Friseurin, sagte, dass Marsha ihr von den finanziellen Problemen des Ehepaars erzählt habe. Das Geschäft von Donny belastete das Erbe von Marsha. Dadurch hätte es durchaus zu einem Konflikt zwischen den beiden kommen können. Donny gab an, dass Marsha ihm im Jahr 2009 verlassen und ihr Handy mitgenommen habe. Als die Behörden jedoch die Signale ihres Handys zurückverfolgten, stellte sich heraus, dass ihr Telefon den Umkreis von etwa zwei Meilen um das Haus nie verlassen hatte. Darüber hinaus wurde nach Marshas Verschwinden ein Anruf bei einer Single-Hotline getätigt. Laut den Ermittlern war die einzige Person, die diesen Anruf getätigt haben könnte, Donny. Obwohl Donny seinem besorgten Nachbarn ursprünglich erzählte, Marsha habe ihn verlassen, um in den Westen zu ziehen, erzählte er den Behörden eine etwas andere Version. Er sagte, dass Marsha mit einem Wohnmobil in eine andere Stadt in Tennessee gezogen sei. Erst danach sei sie dann in den Westen gegangen, um als Missionarin zu arbeiten. Die Strafverfolgungsbehörden gingen all diesen Geschichten nach und konnten nicht bestätigen, dass irgendetwas davon wahr sei. Außerdem hatte Donny seiner Frau während der ganzen Zeit, in der sie verschwunden war, nicht als vermisst gemeldet. Auch hatte Marsha fast alles zurückgelassen, was sie besaß. Ihre Kleidung, ihre Schuhe, wichtige Dokumente und all den ganzen Kram. Darüber hinaus ließ sie ihr Auto und das Haus, das ihre Eltern für sie gebaut hatten, zurück. Am allerwichtigsten ist wohl, dass sie ihren Freunden und ihrer Familie zufolge ihre geliebten Hunde zurückließ, etwas, was sie laut deren Aussagen niemals getan hätte. Nachdem Donny von den Behörden befragt wurde, ging er in ein Pfandhaus und und verkaufte eine Reihe von Marshas Eigentum. Und all dies kam den Ermittlern verdächtig vor. Die Ermittler fanden heraus, dass Donny innerhalb weniger Tage nach Marshas mutmaßlichen Verschwinden Kontakt zu einer Ex-Freundin aufgenommen hatte. Donnys Anwälte beteuern jedoch, dass es keine Affäre gab, während Donny mit Marsha verheiratet war. Im März 2010 willigte Donny ein, sich einen Lügendetektor-Test zu unterziehen. Den Ermittlern zufolge fiel er durch. Im Jahr 2013 wurde Donny in einer zivilen Anhörung zum Verschwinden seiner Frau befragt. Er sagte während der Befragung über 100 Mal, ich erinnere mich nicht. Im August 2013 wurde Donny Brantley verhaftet und des Mordes an der vermissten Marsha Brantley angeklagt, etwa vier Jahre nach ihrem Verschwinden. Die Anklage wurde jedoch aus Mangel an Beweisen fallen gelassen, was für Marshas Angehörige ein schwerer Schlag war. Im Dezember 2016 wurde Donny erneut wegen Mordes im Zusammenhang mit seiner vermissten Frau angeklagt. Auch hier wurde die Anklage jedoch fallen gelassen, da nicht genügend Beweise vorlagen. Die meisten Beweise, die den Behörden gegen Donny zur Verfügung standen, wären in einem Prozess bekannt geworden. Da es jedoch nie zu einem Prozess gekommen ist, wird die Öffentlichkeit wahrscheinlich auch nie erfahren, welche zusätzlichen Beweise auf Donny als Täter hindeuten. Es gibt verschiedene Theorien darüber, was in diesem Fall geschehen ist. Ihre Familie glaubt inzwischen, dass Marsha nicht mehr am Leben ist, ungeachtet dessen, was sich tatsächlich ereignet hat. Die häufigste Theorie ist die, dass Donny Marsha Brantley etwas angetan hat. Der Verdacht fiel schnell auf ihn, weil er sie nie als Vermiss gemeldet hat, auch nicht, als sie schon mehrere Monate verschwunden war. Einige Angehörige von Marsha behaupten auch, dass Donny sich nie bei ihnen gemeldet hat, um nach Marsha zu suchen. Auch nicht, um sich an Suchaktionen zu beteiligen oder Flyer zu verteilen. Kelly, Marshas Friseurin, sagte, sie habe nie von Problemen in ihrer Ehe gehört. Dennoch hatte sie ein Verdacht gegen Donny, da sie der Meinung war, dass er ihr etwas angetan hatte. Sie wusste, dass irgendetwas sehr, sehr falsch war. Die Tochter von Donny und Stieftochter von Marsha sagte zu den Vorwürfen gegen ihren Vater, dass das alles einfach verrückt sei. Diejenigen, die Donny für unschuldig halten, verweisen auf das Fehlen von Beweise. Keine Fingerabdrücke, kein Blut, keine Schmauchspuren und sowas. Sollte Donny Marsha jedoch tatsächlich etwas angetan haben, hätte er viele Monate Zeit gehabt, den Tatort zu säubern, bis jemand angefangen hätte, nach ihr zu suchen. Die Behörden gehen davon aus, dass Marsha zwischen dem 1. Mai und dem 31. Juli 2009 verschwunden ist und sie wurde erst im November 2009 als vermisst gemeldet. Somit hatte Donny mindestens drei Monate Zeit, einen möglichen Tatort zu beseitigen. Er tätigte auch ein paar merkwürdige Einkäufe in einem örtlichen Supermarkt zu der Zeit, in der Marsha nach Ansicht von Behörden verschwand, wie zum Beispiel eine Abdeckplane, Plastikfolie und Klebeband. Einige haben die Vermutung geäußert, dass Marsha sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat, um ein neues Leben im Westen zu beginnen, wie Donny gesagt hatte. Viele Leute argumentieren jedoch, dass Marsha nicht einfach weggelaufen wäre oder ihre geliebten Haustiere zurückgelassen hätte. Ihre Freundin und Friseurin Kelly sagte über die Haustiere, dass diese wie ihre Kinder für sie waren. Marshas Familie glaubt nicht, dass sie freiwillig gegangen ist, vor allem wegen all der Gegenstände, die sie zurückgelassen hat, einschließlich des Hauses, des Autos und des Handys. Wenn sie tatsächlich irgendwo anders hingegangen wäre, hätte sie ihr Auto wahrscheinlich mitgenommen. Sie hätte auch ihr Haus verkaufen können, um Geld für einen Neustart zu haben. Es gibt einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass Marsha unter Depressionen gelitten hat. Mehrere von Marshas Freunden bestätigten diesen Eindruck. So berichtet Kelly, Marshas Friseurin, vom letzten Mal, als sie ihre Freundin gesehen hatte, dass sie ein bisschen deprimiert wirkte. Im März 2009 berichteten andere Freunde, dass Marsha sagte, sie sei so deprimiert, dass sie nicht von der Couch aufstehen konnte. Möglicherweise hat Marsha ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt, weil sie vielleicht unter dem Verlust ihrer Eltern oder anderen Problemen in der Ehe litt. Indizienfälle ohne direkte Beweise wie Blut, Fingerabdrücke oder DNA sind vor Gericht schwer zu beweisen. Dennoch können Indizienbeweise überzeugend sein. Donnie hat Marsha nie als Vermiss gemeldet, auch nicht Monate nach ihrem Verschwinden. Er weigerte sich, Fragen zum Verschwinden von Marsha zu beantworten. Marsha hat ihre wertvollsten Besitztümer zurückgelassen, darunter ihr Auto, ihr Haus und ihre Hunde. Donnie verkaufte viele von Marshas Gegenständen nach ihrem Verschwinden an ein Pfandleihaus. Aber es ist auch möglich, dass in diesem Fall etwas anderes passiert ist. Vielleicht hat Marsha ihr Leben selbst beendet, wenn man die Informationen berücksichtigt, die ihre Freunde den Straferfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt haben. Fast alle stimmten darin überein, dass Marsha zum Zeitpunkt ihres Verschwindens depressiv war, obwohl Depressionen nicht unbedingt bedeuten, dass sie solche Gedanken haben muss. Solange die zuständigen Behörden nicht Marsha oder ihre sterblichen Überreste finden oder auf andere Weise eindeutige Beweise für Donnies Schuld vorlegen können, wird dieser Fall wohl kaum gelöst werden können. Es werden mehr Informationen und Beweise benötigt, um Donnie entweder zu entlasten oder zu verurteilen und um Gerechtigkeit für Marsha Brantley zu bekommen. Sie wurde von den Hinterbliebenen geliebt und wird auch von ihnen sehr vermisst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017